Wir sind hier wegen der U18, die Young Fibers, die so eine Trainingseinheit mit mir gewonnen haben. Ich weiß, was das bedeutet, wenn ein kommt, den man irgendwo woanders kennt. Das wird ein ganz spezieller Tag, hoffentlich für die, aber auch für mich. Was macht das U18-Team so speziell? Das U18-Team, das Lars heute trainieren wird, hat neun aktuelle Nationalspieler in den Reihen, Jugendnationalspieler. Es ist wirklich der beste Jahrgang seit vielen Jahren. Österreicher Meister, Wiener Meister und alle Erfolge, die man sich so vorstellen kann. Lars Christiansen ist der beste Flügel aller Zeiten und er ist sicher ein Vorbild für jeden Handballer. Ein lässiger Typ, ein Kumpeltyp, man glaubt gar nicht, dass er so viel Erfolg hatte. Er kommt ganz normal rüber. Es war sehr aufregend, es war, wie gesagt, so eine Legende trifft man nicht alle Tage. Und es war toll, ihn kennenzulernen und auch mit ihm sprechen zu können und in ein paar Fragen zu stellen. Das war ein unglaubliches Erlebnis, nicht nur für die, sondern auch für mich. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es sind Jungs, die sind supergut drauf, die können alles, das war hervorragend. Jungs! 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 Jungs!